Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschik ganz nah dran. Heute bei und nun viel Spaß. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer, liebe Eltern, ich finde es ganz toll, dass Sie heute alle nach Bindlach gekommen sind zu den oberfräckischen Schul-Schachtmeisterschaften. Und ich möchte mich gleich zu Beginn natürlich bei der Gemeinde Bindlach, bei der Schule in Bindlach, aber vor allem bei der Schachabteilung des TSV Bindlach dafür bedanken, dass vor allem die Schachabteilung des TSV Bindlach unter Heinz-Team mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern diese oberfräckischen Schul-Schachtmeisterschaften so hervorragend ausgestaltet haben. Und ich glaube, dass es von euch, liebe Teilnehmer dieser Schul-Schachtmeisterschaften, mal einen besonderen Applaus wert, dass viele ehrenamtlich heute dafür gesorgt haben, dass ihr so tolle Schul-Schachtmeisterschaften aus ganz Oberfranken durchführen könnt. Schach ist eine hervorragende Sportart, eine Sportart, wo es vor allem aufs Denken ankommt, auf Konzentration, auf Reaktionsfähigkeit. Und ich will es einfach mal so sagen, wer Schachspielen ist ein Stück Scheider. Und deshalb gratuliere ich euch, dass ihr euch alle für das Schachspielen entschieden habt. Und nicht nur Schach für euch zu Hause spielt, mit den Geschwistern, mit den Freunden, mit den Eltern, sondern euch auch für eure Schule als Mannschaft dieser hervorragenden Meisterschaft unter den oberfräckischen Schulen stellt. Das ist sehr schön. Bleibt dabei. Haltet dem Schachweiler die Treue. Pflegt dieses Königsspiel und ihr werdet merken, desto länger ihr es spielt, desto länger ihr euch auch im Wettbewerb messt, desto besser werdet ihr und davon werdet ihr auch persönlich profitieren. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitgemacht habt und ich freue mich jetzt auf die Siegerer. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön.